Hallo, in einem vorherigen Video habe ich diese schöne Aufgabe hier, in der es um Spulenstrom und zugeführte Energie geht, schon mal von Hand gerechnet. Ich habe das mal mit Etispice simuliert und es gibt ein drittes Video, in dem ich diese Aufgabe auch schon mal, naja, mehr oder weniger erfolgreich mit JetGPT gelöst habe oder zumindest das versucht habe. Die Ergebnisse hier waren leider nicht so richtig und das, was ich jetzt in diesem Video zeigen möchte und probieren möchte, ist das Ganze nochmal mit zwei anderen Sprachmodellen und KIs zu machen, nämlich mit Google Gemini oder Gemini, wie auch immer man das aussprechen möchte und mit Claude von Anthropic, ein weiterer Anbieter und Hersteller eines solchen Systems. So, wir fangen mal an mit Gemini und hier kann ich auch einen Prompt eingeben. Ich brauche jetzt mal wieder die Aufgabe als Bild und kopiere mir die nochmal in die Zwischenablage und füge die hier ein. Und jetzt kommt erstmal was, hochgeladene Bilder, ansehen und löschen, okay. Ich kann das auch wieder löschen, was ich hochgeladen habe. Das ist natürlich sehr nett. So, und auch hier frage ich mal, wie lautet die ausführliche Lösung dieser Aufgabe? Und da sieht man nochmal die Aufgabe und ich mache mal das Fensterchen vielleicht auch hier ein ganz bisschen größer, dass man das besser lesen kann. Und ja, wie so üblich, wie das auch bei ChatGPT der Fall war, auch Gemini wiederholt hier erstmal die Aufgabe, sagt, wir haben eine Induktivität, 10 mH, dass das jetzt hier so in Klammern aufgeschrieben ist. Naja, okay, kann man so machen, muss man nicht. So, ich glaube, es hat jetzt hier einfach nochmal den Text erkannt und hat das hier versucht aufzuschreiben. Aber im Text sind keine Klammern drin, hier sind jetzt auf einmal Klammern drin. Naja, gut. So, Lösung. Die Induktivität, die Induktivitätsspannung an der Spule, sag mir, dass du keine Ahnung von Elektrotechnik hast, ohne mir zu sagen, dass du keine Ahnung von Elektrotechnik hast. Also, das ist jetzt kein üblicher Fachbegriff, man würde sagen, die Induzierte Spannung oder einfach die Spannung. Aber gut, die ist auf jeden Fall L mal, ja und das ist leider auch schon falsch, also die Spannung an der Induktivität, ich kann ja mal meine handschriftliche Lösung vorsuchen, ist L mal DI nach DT. Ja, und wenn ich jetzt für das L hier den Strom einsetze, dann kürze ich die Induktivität, also wenn ich für die Induktivität dieses Verhältnis einsetze, kürze ich der Strom weg und dann bleibt da immer U ist dPsi nach DT ohne das L oder U ist L mal DI nach DT. Das, was hier steht, ist leider schon mal falsch, da müsste das L weg sein, fehlen. So, der magnetische Fluss durch die Spule, da der magnetische Fluss durch die Spule kosinusförmig verläuft, ne, ne, der magnetische Fluss ist nicht kosinusförmig, die Spannung ist kosinusförmig. Ne, dann kommt eben raus, Fluss ist Ableitung davon, dann ist, ne, oder Fluss ist das Integral davon, der Fluss abgeleitet ergibt die Spannung, wenn die Spannung kosinusförmig ist, muss der Fluss sinusförmig sein. Also, falsch, falsch. So, jetzt kommt hier wieder was mit der Induktivitätsspannung, die ist jetzt auf einmal sinusförmig, das widerspricht dann schon der Aufgabe, ja, also weil die Aufgabe sagt ja, ey, Spannung, guck mal hier, Spannung soll kosinusförmig sein, nicht sinusförmig. Die Gesamtspannung ist, an der Spule ist die Summe der Induktivitätsspannung, der angelegten Spannung, auch das, total absurd, wo soll jetzt diese angelegte Spannung herkommen? Und dann kann man das jetzt nach dem Spulenstrom umstellen, jetzt habe ich jetzt keine Lust mehr, hier diese ganzen Lattich-Formeln im Kopf zu parsen, aber, ne, und jetzt kommt noch irgendwo ein Widerstand mit rein, und da man, der wieder Widerstand nicht gegeben ist, kann der Spulenstrom nicht berechnet werden. So, hier steht aber eine ideale Spule, eine ideale Spule hat keinen Widerstand, ja, und man braucht da jetzt auch keinen Widerstand, um hier irgendwas zu berechnen. So, und, tja, 80 Millisekunden, hier steht jetzt fast von 80 Pi, da fehlt dann natürlich die Kreisfrequenz da drin, und die, der Zeitpunkt ist ja auch Millisekunden und nicht Sekunden, ne, Also, das ist alles bis hierhin leider total falsch, absurd falsch. So, und jetzt kann man sich hier irgendwie angucken, also hier ist, hier versucht er jetzt die Energie auch auszurechnen aus Spannung mal Strom Zeitintegral, auch das hatte ich mal hier irgendwo aufgeschrieben, das ist jetzt letztendlich genau diese Gleichung hier, ja, die jetzt Gemini hier versucht zu nutzen, und jetzt, tja, jetzt setzt er diese ganzen falschen Gleichungen von oben ein, und weil der Widerstand nicht angegeben ist, kann man die Energie leider nicht berechnen. So, also, das ist alles super, super falsch und total nutzlos. Klar, Gemini wurde vielleicht gerade aktualisiert, und jetzt kann man sich jetzt eine Advanced-Funktion in Ihnen verfügbar, das ist sicherlich toll, aber das hilft uns hier für dieses Problem nicht viel weiter. Also, Gemini, ne, da, also, da kann man überhaupt gar nichts mit anfangen, da ist ja nicht mal der Ansatz, ansatzweise richtig. So, und jetzt habe ich hier noch diese schöne Claude, und das sagt, hallo, ich bin Claude, und, äh, will ich mal kennenlernen, wie heißt du, Matthias Magdowski, ja, und, ähm, Reviews und Conversations are flagged by your automated abuse detection. Aber ich hoffe mal, dass das Sprachsystem mit Elektrotechnik und ingenieurwissenschaftlichen Aufgaben zu füttern hier nicht als Abuse, als Missbrauch zählt, und ich hier keine Safety-Flags auslöse. Und es warnt mich, bevor es jetzt losgeht, ähm, also, es may okay, also, es, ab und zu kann es sein, dass hier so inkorrekte Informationen rausport sind, oder, äh, äh, irreführende Informationen, ähm, als es nicht für medizinischen Advice oder rechtliche Sachen, finanzielle Sachen, man soll sich nicht darauf verlassen, was da rauskommt. Ja, ja, das ist schon sehr richtig. Okay, na gut, und Sie können da Ihre Nutzungsbedingungen jederzeit ändern. Also, klicken wir mal auf Start, und ich gucke mal, ob ich hier ein Bild einfügen kann. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und auch hier frage ich, wie lautet die ausführliche Lösung dieser Aufgabe? So, und das habe ich noch nie benutzt. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was jetzt hier passiert. Und wir schauen mal. Also, ich werde diese Aufgabe Schritt für Schritt lösen. Zuerst berechnen wir die Kreisfrequenz. Das ist schon mal richtig, sogar mit Einheit. Ja, so, dann muss ich mal hochscrollen, um mir ein bisschen mitlesen zu können. Die Spannungsgleichung, die Spannungsgleichung, das kann man schon mal, das ist schon mal besser als die Induktivitätsspannung. Ich würde ja sagen, die Stromspannungsbeziehung, aber die Spannungsgleichung kann man sagen, ne, kommt eine Spannung raus aus der Gleichung, ist immer die nach die T, sehr richtig. So, und mit U von T gleich U dach erhalten wir, okay, ist jetzt das einfach eingesetzt. Jetzt kann man durch Integration den Strom bestimmen. Die Integralstammfunktion von Kosinus ist ein Sinus. Wir müssen durch die innere Ableitung, durch das Omega teilen. Und dann steht da U dach durch Omega L. So, und das ist auch genau das, was ich hier mal ausgerechnet habe. U dach durch L und Omega mal Sinus von Omega T plus die Anfangsbedingung. Ja, hier steht jetzt erstmal plus eine Integrationskonstante C da. Das ist keine Kapazität oder so, ist eine Integrationskonstante. So, und jetzt kann man dann diese ganzen Werte einsetzen. Steht da auch noch plus C, Werte einsetzen. Hoffentlich wird jetzt schon stimmen an der Stelle. So, um C zu bestimmen, nutzen wir diesen Fluss zum Anfang. 0,5 Volt Sekunden. Und der Fluss ist Induktivität mal Strom. Ja, können wir auch gucken. Das ist die Gleichung hier oben nach dem Fluss umgestellt. Induktivität mal Strom. Das stimmt. Und da kommen 50 Ampere raus. Das stimmt auch. Also lautet die vollständige Stromgleichung. So und so. Hier fehlen jetzt natürlich die Einheiten drin. Ja, also hier stehen 50 Ampere ganz korrekt. Hier fehlen die jetzt. So, und jetzt kann man 80 Millisekunden einsetzen. 20 Pi mal 0,08 plus 50, 159. So, hier müssten jetzt ja eigentlich 104, irgendwas rauskommen. Kommen aber nicht. Also minus 104. Ja, das ist ja der Wert, den ich hier ausgerechnet habe. So, jetzt kann man sich eben fragen, woran liegt das? Also kurze Probe. Mein Octave Prompt ist ja hier noch offen. Also die 5,02, die hier drin stehen an der Stelle, die habe ich hier auch. Die passen. Und, tja, der Sinus davon, der steht jetzt hier. Das sind diese Minus. Also können wir mal machen. Sinus von Omega mal T. Tja, der ist leider falsch ausgerechnet. Und ich meine, dass U-Dach, U-Dach mal, ne, durch L durch Omega. Dieser Faktor davor, der stimmt. Das stimmt auch bis hier. Stimmt es, ab hier ist es jetzt falsch. Der Sinus ist falsch ausgerechnet. Deswegen kommt da das Falsche dabei raus. Tja, also der Teufel, die Tücke liegt wie immer im Detail. Bis hierhin super, super stark. Und dann einfach grandios den Sinus falsch ausgerechnet. Es ist und bleibt ein Sprachmodell. Man kann den Dingern einfach nicht vertrauen. Bei mathematischen, technischen Rechnungen. Sehr, sehr, sehr schade. So, und jetzt kommt hier noch die Leistungsberechnung. Auch hier der Ansatz, oder die Energieberechnung. Auch hier der Ansatz über die Leistung. Und jetzt müssen wir dieses Integral bestimmen. Oh, das Integral ist komplex und am besten numerisch zu lösen. Mit einer numerischen Integrationsmethode erhalten wir 31, irgendwas. Tja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Oh, da mal Kosinus. Also prinzipiell würde ich sagen, stimmt diese Rechnung. Und die ist auch nicht ganz einfach zu lösen, weil da ja schon das Produkt von Sinus und Kosinus drin vorkommt. Was putzig ist jetzt an der Stelle und was wieder zeigt das Ding. Es versteht nicht wirklich was von dem, was es hier tut. Hier setzt es Omega ein. Für die Kreisfrequenz, hier schreibt es das 20pi eben aus. Einheiten fehlen wieder komplett. Hier schreibt es U-Dach hin. Hier setzt es diese Zahlenwerte ein. Naja, und man könnte am Ende eben festhalten, okay, immerhin stimmt diese Größenordnung. Das ist natürlich wenig nachvollziehbar. Das ist ein 38, irgendwas. Aber auf diesen viel schöneren, charmanteren und eleganteren Ansatz einfach Energie am Anfang, Energie am Ende auszurechnen, die Differenz zu bilden, kommt es leider nicht. Aber es ist nicht ganz so desaströs wie Gemini. Und es ist auf jeden Fall besser als die Lösung von ChatGPT. Denn ChatGPT hat hier null Energie ausgerechnet und keine Änderung des Stromes. Auch da, weil es im Prinzip das Argument von dem Sinus falsch berechnet hat. Aber zusammengefasst, Ende vom Lied ist, es sind Sprachmodelle, es sind keine Wissensmodelle, es sind keine Logikmodelle, es sind keine Rechenmodelle. Manchmal kommen da sinnvolle Sachen raus mit ein bisschen Glück und Zufall. Im Großen und Ganzen kann man sich einfach nicht auf das verlassen, was hier passiert. Und sollte, wenn man die nutzt zur Lösung von ingenieurwissenschaftlichen Problemen, was man natürlich vielleicht manchmal versuchen kann, auf jeden Fall ein profundes Grundwissen mitbringen, um das einschätzen und überprüfen zu können, was hier rauskommt und heraushalluziniert wird aus diesen Modellen.